Wolfgang, sag mir bitte ein Resümee von diesem Fest. Also, ich sage nicht mehr, wie man es mir vorwirft, dass es das schönste Fest meines Lebens war, aber es war für mich insofern ein beeindruckendes Fest, weil Dinge passiert sind, die eigentlich gar nicht vorgesehen waren. Zum Beispiel, dass Menschen kamen, die eigentlich gar nicht vorgesehen waren. Und ich habe mir so einen guten Plan zurechtgelegt und trotzdem sind da Sachen passiert. Nein, ich habe mir gar keinen... Ach, hast du denn einen Plan zurechtgelegt? Ich? Ich hatte einen Plan. Also, ich finde, dominiert haben die Jungen, muss ich dazu sagen, und das ist auch gut so. Aber insgesamt in einer guten Harmonie zu diesen älteren Säckeln halten, die nicht mehr gar so richtig drauf liegen. Du als Alterspräsident, muss ich sagen, hast eine sehr, sehr gute Figur gemacht. Ich bedanke mich vielmals dafür, ja. Und habe auch jedes Mal meine Biere bezahlt, um das Sport. Hoffentlich. Ja, doch, habe ich. Ich habe sie immer gelegt. Ja, ja, ja. Oh, ja. Oh, ja. Sieben Euro habe ich da hingelegt insgesamt. Und wenn ich noch meine freie Biermarken anschaue, da... Sieben Euro. Das sind dann nur drei Bier und eine halbe. Ich habe sie noch voll. Das kann ich nicht sagen. Und auch das Material war sehr gut gewesen, muss ich sagen. Ich bin auch sehr beeindruckt. Das kommt ja auch nicht immer so voll. Material? Ja, das... Achso, war schön kühl, gell? Ohne Kühlwagen. 100 Euro gespart. Ja, 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 ja. Und hat gar keine Klumpen gehabt, gell? Wie sonst? Keine Klumpen. Also, so kann es weitergehen, würde ich sagen. Und auch, dass wir dann noch dem Sebastian, diese jungen Leute, ein schönes Lied singen. Das sollte man uns wirklich tun. Wer hat Geburtstag? Der Sebastian? Er da. Sebastian hat heute Gebürztag. Wer? Er, der Linke da mit dem Unterhemd. Der Rechte von uns, der Seenerechte. Er sollte Gebürztag. Echt Gebürztag. Sie haben uns dreimal gefragt, stimmt diese Sache. Wie alt? Ja, das habe ich jetzt nicht gefragt. Ich schätze mal so 22 vielleicht oder so. Wenn ich mal an weiß ich nicht. Das wurde ich auch so sehen. Das wurde ich auch so sehen. Aber gut, du könntest immer, wenn die Strauß da mal rangehen und mal fragen. Aber erst, nachdem wir gesungen haben. Man geht nicht zuvor, wie alt wirst du und wenn er dann sagt 25, dann singen wir nicht. Das ist scheiße. Erst singen und dann hat er Rede und Antwort gespielt. Wir singen um 14.30 Uhr. Warum nicht um 10.15 Uhr? Weil das Aggregat ausgeht. Ja, das meine ich. Ach so. Wie viele Liter habt ihr eigentlich noch braucht Übelbenzin etwa? Wenig, weil das, denkt ihr, das ist ein 1.000 Sasser Ökologie und Ökonomie. Ja, aber ganz grob also. Mir geht es ja nicht um 1, 2, 4, 5, 6 Liter. Ich weiß nicht, 17 vielleicht oder so. Also doch, in die Richtung gehen. Aber ist das schön. Die müssen ja auch in den Verlust kommen. Jetzt kommt der Watzmann. Ja. 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 Ja, so 1.000 Meter können recht lange sein. Für den, der abstürzt. Nein, nein. Für den Zuschauer ist rum, ist rum, ist rum vorbei. Aber für den Freien würde ich nicht sagen. Aber für den Freien würde ich nicht sagen. Ja. Ja.